Willkommen zurück hier bei AnotherBurgInTheMall. Ja, wo sind wir zuletzt stehen geblieben? Wir wollen demnächst jetzt ein Kino errichten. Wir sind hier mit unserer kleinen Mini-Mall soweit im Moment durch. Sagen wir mal die Simulation wieder an. Ja, Kinos erforschen wir gerade. Wir sind gerade noch bei drei Stunden. Das dauert noch ein wenig. Aber den Kern hier haben wir schon mal. Wir haben zuletzt hier dieses alte Areal, diesen alten Mischwarenhandel-Supermarkt abgerissen, weil Tier 1 Geschäfte bringen zur Zeit auf jeden Fall noch wenig. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt was bringen werden irgendwann mal. Sprich, der Schwerpunkt ist auf Tier 2 und hier für 1 und 2 Geschäfte auf Tier 3. Und hier habe ich sogar noch eine zweite Kasse zuletzt eröffnet. Und hier sind wir jetzt auf die Schlangen. Ziemlich zu lang. Naja, gut. So, müssen wir mal schauen jetzt in einem Kino. Ähm, was brauchen wir überhaupt für ein Kino? Hm. Schau mal grad, was ich denn freischalte, wenn ich ein Kino habe. Anlag-Movies-Theater. Ja. Aber was ist denn da drin? Ähm. Movie-Projekte brauchen wir auf jeden Fall. Das ist klar. Die Spectator-Seeds. Die sind dann auch dafür gedacht. Genau. Mehr brauchen wir anscheinend gar nicht. Hört auf, wir könnten ATMs neu errichten. Bankautomaten, ja, ne? Ähm. Das kann man nur auf einem Fundament errichten. Das stimmt. Obwohl, hier fühlt es sich das oder nicht an. Obwohl, hier kann man doch. Okay, da ist zu wenig Platz. Ähm. Platzmangel. Ähm. Wie geht das hier? Ich hoffe. Ähm. Ja. Lass' ich erstmal so. Und Restaurants brauchen wir auf jeden Fall noch. Kino und Restaurant würde ich als nächstes erstmal errichten. Und das nämlich hier auf so einer größeren Freifläche. Ähm. Würde ich da jetzt gerade mal sagen, dass wir... Fundament errichten, äh. Obwohl, da könnten wir noch Parkplätze... Ja. Fundament. So. Hm, 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 hm. Das waren sechs. Irgendwie so, das waren fünf. Eins, zwei, drei, vier. Das geht schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und... Ich weiß nicht, mal so ein kleineres Kino erstmal versuchen. Oder? Hm. Ah. Schwierig. Wir machen hier erstmal ein größeres Restaurant rein. Ich bin groß. 20 x 20. Hm. Hm. Ja, ich baue mal so ein großes Restaurant rein. Und... auf der anderen Seite... Kino. Genau. Vielleicht... Ah, das mache ich auch mal 20 x 20. Schauen wir uns das mal gleich an. Oh, noch mal eins mehr. Ähm. Wald. Das waren 20 x 20 x 20. Und das waren 20, ne? Ne. Ah, mache ich das so rein. So. Dann... aber das ist irgendwie ne fehlplaner führt mir da rein ich reich's nochmal ab bei der hälfte erforscht das ist gut Hm. Ja, 20 mal 20 würde ich schon das Restaurant annehmen. Hier oben. Neben Kino. Würde ich so irgendwie 4 Säle oder so reinbauen. Ich weiß ja nicht, wie das genau hier funktioniert, aber wobei... ...brauchen wir auch noch irgendeine Möglichkeit, wo die bezahlen, ne? Ähm. Order Count. Order Count. Order Count. Order Count. Fast Food, Soda, Dispenser... ... und Kino... Hm. Schwierig. Äh, wir testen das einfach mal. Muss ich das doch nochmal später abreißen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, also nochmal. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, das wurde nur direkt drin dran, hab ich mal gesagt, ne? Ähm. Ähm. So. Das wird das Restaurant. So. Ähm. Ja, doch. Dann machen wir das doch so. Die Wand wird durchgezogen. Dann brauchen wir... Gut. Machen wir dann den Eingang lang hin am besten. Gucken wir hier die Tür hin. Dann... Stuff Only. Stuff Only. So. Weiß ich gar nicht wissen, die... Movie Theater. Höre als Access. Ja. Höre als Movie Projektor. Spectator Seeds. Und höre als Ticket Lobby. Ticket Lobby. Ticket Lobby. Ticket Lobby. Ticket Lobby. Ist das noch ein einzelner Raum oder wie? Hm. Ah doch, Ticket Lobby. aber braucht exzess oder konnte das ist ein separater raum dann nicht stehen und der linkt so dass man ja gut klar das muss verlinkt werden ja nicht klar mache ich quasi mehrere sind das quasi mehrere kinos in einem denn ich bin mal so vom prinzip her restaurants und lange schlangen unsere probleme oder nachfragen lassen wir den mal errichten und dann muss ich mal gerade überlegen wie ich das mache und für ein restaurant fast food restaurant accessplug, kassierer, fast food cooking bench, order counter, fast food soda, extra und das braucht ein lager das nicht oder wie so restaurants hatten wir erforscht wenn ich mal bowling als nächstes ich glaube dann er richtig lieber essen im kino klingt irgendwie einfacher ich muss gerade in der zeit schauen wie die geschäfte laufen minus 146 prozent dem laden minus 146 prozent dem laden minus 189 prozent dem laden minus 189 prozent dem laden wie können die so schlecht laufen sind beide neu aber die sind beide neu aber hm ich finde ich krass bei laden eins von null bis zwölf bis zwölf bis zwölf bis neul und hier füllt es sicher weiß ich auch brauche ich nicht ganz weit die meldung bekommen ne wir brauchten ja hier zum bauen menschen 10.000 umsatz deutlich weniger geld ne 90.000 80.000 haben wir verloren aber gut durch das bauen wahrscheinlich gehe ich mal von aus so gleich ist er auf der decke von daher können wir schon mal planen so was brauchen wir wir brauchen auf jeden fall haben wir gesagt projektor wie funktioniert das mit dem projektor ja wie groß ist denn die fläche dann das mache ich gerade eigentlich das ist so total fehlplanung gerade von mir so ah Keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. So, das sollen jetzt hier Movie-Theaters werden, Nummer 1, ne, 1, und Nummer 2. Jetzt brauche ich dafür Ticket-Lobby, Access klar, Link-Business klar, Order-Counters und KS-Fehre, Order-Counters, ähm, Build-E, Order-Counters, Order-Counters. Ne, das war falsch, Jungs, das muss wieder weg, tut mir leid. So, Objekte nochmal. So muss das sein. Ähm, muss ich das jetzt noch ausweisen als Ticket-Lobby? Ähm, einmal so rum. Und einmal so rum, ne? Habe ich zumindest. Ähm, Manage, so. Jetzt haben wir Movie-Theater 1. Muss ich die jetzt nicht noch verbinden? Ich habe gerade keinen blassen Schimmer. Ah. Oh, hat irgendwie weggepackt. Äh, die 17. Hm. Find ich das jetzt nicht? Requires a Ticket-Lobby, das ist mir schon klar. Hm. Okay. Ah, ein wenig, äh. Kompliqué. Hm. Muss nochmal gerade testen. Hm. Ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. Oder zumindest ein wenig, äh, kompletter. Ja, die hatte ich jetzt auch eröffnet, also nicht. Ja. Nicht wirklich. Ja. Ja, aber. Ah. Jetzt konnte ich die erst hüben. Ah, bestehe. Ähm. Ich hätte vielleicht aber auch über ein Ticket-Schalter lösen können. Hm. Mal sehen, ob das funktioniert, so wie ich mir das gerade gedacht habe. Ja. 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 Haha. Bis zum nächsten Mal.